Für jemanden, der wirklich mit Herz dabei ist oder jemanden, der wirklich Leuten wieder was zurückgeben möchte oder selber was bekommen möchte, das ist auf jeden Fall das Perfekte, was du machen kannst. Es lohnt sich, diesen Beruf zu lernen, weil man sehr viel zurückbekommt, was man selber auch gibt. Für mich persönlich bedeutet Pflege einerseits Sicherheit. Ich meine, es ist ein Beruf, der wirklich, der wird nie aussterben. Menschen werden immer älter und von Robotern selbst selber übernommen werden kann es nicht, da einfach die Empathie fehlen würde. Ich würde mir wünschen, dass der Pflegeberuf in vielen Sachen einfach deutlich attraktiver gestaltet werden würde und man auch nicht immer bloß diese schlechten Seiten zeigt oder hervorsieht. Ich meine, die Medien sagen immer, in dem Pflegeheim wurde der ältere Herr verbrüht beim Baden. Das kommt immer an die Öffentlichkeit, aber wenn man jetzt sagt, alles klar, wie bei uns zum Beispiel. Wir machen jetzt mit den Bewohnern Ausflüge, die dürfen mal wirklich zu sich nach Hause irgendwelche Geburtstags feiern. Sowas wird nie irgendwo an die Medien gebracht und das ist einfach falsch. Aber gewann, dass die Menschen von ihnen kommen können. Wo kann ich dennientes Land mit dem Schwige sein? Wo kann man die Abkommen oder so sein?